So, wir gehen da von da aus nämlich auch gleich schlafen dann, aber bevor wir uns da hinlegen, ist einmal hier den Restlufthammer rein und auf aktualisieren drücken. Und somit wird das von Level 2 auf Level 3 Upgrade gemacht. Also ein Neubauen bringt nicht, es muss gelevelt werden tatsächlich. Wird ein kleines Mini-Dings wahrscheinlich für YouTube werden. Neuer Gegenstand.